Ich wusste nicht, dass du herkommen würdest. Verfolgst du mich jetzt etwa? Oh nein, Herrje, jetzt hast du mich tatsächlich ertappt, Snob. Seit Cancun verfolge ich dich jetzt, aber bitte sag es keinem, das ist ein Geheimnis. So viele Kilometer hast du hinter dir? Ja, klar. Es ist nicht nötig, dass du mir heimlich nachspionierst. Ich spionier dir doch gar nicht heimlich nach. Darum stehe ich direkt vor dir, oder? Ja, schon, richtig. Trotzdem denke ich, du wirst gleich eine 180-Grad-Drehung machen und abhauen, oder nicht? Pass auf, das könnte ich natürlich tun, aber ich bin auf Rollen entschieden schneller als du. Wenn du versuchst, mich einzuholen, geht dir sicher die Puste aus, also lieber nicht. Aber weißt du, was ich bin? Ich bin viel geschickter als du. Oh, Matteo, du bist so süß. Du kannst es nicht mit mir aufnehmen. Ach ja, wieso finde ich es nicht einfach heraus? Es geht mir um die Wette. Du lässt dich mitreißen? Und ich möchte, dass du zumindest für einen Moment die ganze Welt um dich herum vergisst und nur auf dein Herz hörst. Siehst du? Jetzt solltest du's langsam endgültig checken. Du bist Kilometer weit davon entfernt, Matteo, zu erobern. Nicht nur Kilometer weit, sondern Lichtjahre davon entfernt, Emilia. Pass auf. Mir ist klar, dass es dir mit deinem Spatzenhirn schwerfällt, das zu verstehen, aber... Dass Luna deine Rivalin war, heißt noch lange nicht, dass sie auch meine sein wird. Okay? Und da bist du dir sicher? Matteo ist unsterblich in sie verliebt, Emilia. Ich hab zwei Jahre lang versucht, sie auseinanderzubringen. Tja, das wird sich nun ändern, und zwar schon bald. Matteo wird mir gehören und ich habe schon den perfekten Plan. Ich hab zwei Jahre lang versucht, sie auseinanderzubringen. Genieße diesen Moment mit Matteo, Luna, denn ich verspreche dir, es wird dein letzter sein.